Okay? Läuft? Ja. Gut, also erst kommt der Refrain. Der kommt dreimal. Das war das zweite, dann das dritte. Und beim vierten Mal geht es ein bisschen anders. Jetzt kommt die Strophe. Die ist wie der Refrain. Allerdings wirkt viermal das gleiche. Das ist das zweite Mal Strophe. Dritte Mal. Und das vierte Mal. Und dann kommt die Bridge. Ja, das ist die Bridge. Und schon ab der Bridge kommt wieder der rechte Mal. Zwei Mal. Und vierte Mal wieder anders. Und dann kommt Uhu. Wie die Strophe. Zwei Mal kommt das. Und dann kommt die nächste Strophe. Das spiele ich jetzt aber nicht mehr. Kommt die nächste Strophe. Die Bridge. Zweimal Refrain. Zweimal Uhu. Und dann ist... Fertig. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020